Samsung-Hack, von dem du nicht wusstest, dass es ihn gibt. Hey, ich bin Kathi, wenn du mal hier von Samberls folgst mir gerne. Ihr habt keinen Bock, dass jemand euer Handy durchschaut, wenn er sich eigentlich nur ein Foto anschauen soll. Dann geht ihr die Einstellungen auf Sicherheit, andere Sicherheitseinstellungen und schaltet Fenster anheften an. Wählt den Tab aus, den ihr jemanden zeigen wollt und geht hier auf diese App anheften. Die Person kann jetzt machen, was sie will, sie kommt dort nicht weg. Aber keine Sorge, ihr könnt das wieder auflösen, indem ihr die beiden Tasten gedrückt haltet. Das ist halt so nützlich. Markiert mal jemand in den Kommentaren, der ein Android-Handy hat.